Schloss Trautenfels ist Teil des Universalmuseums Joanneum und steht für die Kultur und Naturgeschichte des Bezirkes Lezen. Wegen der Vielschichtigkeit seiner Sammlungen, Themenschwerpunkte und Sonderausstellungen wird Schloss Trautenfels auch als Joanneum im Kleinen bezeichnet. Neben dem als Dauerausstellung eingerichteten Landschaftsmuseum wird in Sonderausstellungen im Detail auf die Menschen, ihre Lebensweise und die Besonderheiten der Region eingegangen. Die Sonderausstellung Wald und Mensch erzählt eine vielseitige Geschichte in 100 Positionen. Der Bogen spannt sich von der Entwicklung über die Geschichte bis hin zu den Mythen des Waldes. Im Marmorsaal von Schloss Trautenfels wird im Jahr 2016 eine Sonderausstellung zur geologischen Entstehung der heutigen Landschaft präsentiert. Landschaft ist Bewegung. Geologie und Klima modellieren den Bezirk Lezen. Intention ist es, das Bewusstsein zu schaffen, weshalb unsere Landschaft ihre spezifischen Formen aufweist, wie dadurch Identität und Authentizität geschaffen wurden und werden. Geologie bildet das Fundament der Landschaft und umgekehrt gesagt eigentlich bildet die Landschaft die Geologie ab. Je nach geologischem Untergrund haben wir hohe Berge, haben wir weite Ebenen, große Flächen. Und wenn wir uns die Gesteine anschauen, die wir in diesen unterschiedlichen Landschaften entdecken können, so erzählen uns diese Gesteine auch die Geschichte, die Entwicklungsgeschichte, jene Prozesse, die dazu führen, dass Gebirge entstehen, jene Prozesse, die dazu führen, dass Landschaften, Gebirge wieder abgetragen werden und so auch einen Kreislauf der Gesteine uns widerspiegeln. Welche Prozesse wirken und wie sich die Landschaft weiterhin verändern könnte, wird in multimedialen Präsentationen gut verdeutlicht. Landschaft ist Bewegung, sie ist eine Momentaufnahme. Die Wahrnehmung einer Landschaft ist eine Frage der Perspektive, des Horizontes und auch des naturwissenschaftlichen Sehens und Verstehens. Unsere Landschaft widerspiegelt die Geologie und damit auch die Gesteine, unser Umfeld. Geologie als Fundament der Landschaft zu erfahren, ist das zentrale Anlegen dieser Sonderausstellung. Als weiterführende und logische Ergänzung werden damit verbundene Exkursionen in unsere Region die Thematik vertiefen. Es geht um die Sichtbarmachung von Prozessen, die zwar statisch wirken, jedoch anhaltend für Bewegung sorgen. Die Sonderausstellung möchte den Besucherinnen und Besuchern Ursache und Wirkung von auch heute noch stattfindenden, landschaftsformenden Prozessen verdeutlichen und so zu einem besseren Verständnis des Zusammenwirkens von natürlichen Vorgängen und menschlicher Einflussnahme beitragen. Geologie ist Geschichte. Geschichte ist Geologie. Natur und Kultur prägen in ständiger Wechselwirkung das Bild unseres Tales. Erfahren Sie im Landschaftsmuseum Schloss Trautenfels die Geologie als Fundament unserer Landschaft. Erfahren Sie im Landschaftsverwirkung Erfahren Sie im Landschaftsverwirkung Untertitelung des ZDF, 2020